Lalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Ach guck mal Und diese Biene die ich meine Nennt sich Maya Kleine Abgefuckte Biene Maya Ich habe diese Verderbnis schon einmal gespürt Wir kommen in der Kluft der Bespürung Bellamy bist du wieder da? Bellamy Dude Bellamy I can't hear you What have you done to your microphone? Wieder da Yes Did you read the text chat? Oh yes Aha guck mal da waren Hier guck mal da ist ein Jogi Bär Ich habe dem direkt mal einen eingeschenkt Die will da rüber laufen Sollen wir da mal rüber laufen Kommen sie nicht mehr dran Ich habe ja wieder mein ganzes Mana Ist so wieder da Da muss ich aber gucken Ob der Jogi Bär Wenn der Jogi Bär Jetzt öfters hier hinkommt Der Udir Bär Dann Muss ich mich da natürlich drauf einstellen So ein bisschen Der böse böse Udir Bär Oh ja Tank rum drinnen der Scala Schön So dann wollen wir mal gucken Oh das war voll fail Piu Nein Bitte nicht Nein Oh Gott Mein Aiming ist gerade voll für den Arsch Sieh Ein Irelia die mit TheQ anfängt Ich habe ja noch lange nicht mehr gesehen Ne Jetzt kommt der mit ein E Beer Na komm Komm放m Komm 앞에land Du willst mich bestimmt mit deinem Bälle können wir mal treffen Komm schon Genau, und jetzt werf. Wirf. Wirf, Biac. Wirf. Ah, fuck. Ah, ist gerade nicht so meine Glanzleistung. Wird es halb so wild. Komm, sei doch mal greedy. Probier mich anzugreifen hier. Nein, fuck. No. No. Ah, das war... Nicht so gut. Ne. Wie viel Tränk hatten die bei? Wer? Ah, okay. Das geht. Das geht gut. 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 Ich habe mich nicht. Na komm Was hatten die... Hatten ein Ignite und ein Flash dabei Okay Soll sie ruhig 170 Leben Lass mich Lass mich doch durch die scheiß Minions durch Blöder Penner man Was? Level 3? Was ist Level 3? Er ist Level 3 Der Scanner Ja der ist gut Hinter dir kommt jetzt der Uli angerannt An deinem Tower vorbei Nett Oh fuck nein Oh fuck nein Dead Greediness Ja ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Nein Und sie überlebt Nein doch nicht Die mit ihrem scheiß entzünden Alter Ein Kelch Ich werde cool I need my boots Boots Let's go baby Let's go Was hat sie sich jetzt noch geholt? Vier Tränke Oh mein Gott Ja gut job Hättest mir wenigstens den Killdorn anlassen können Ich hab mit dem Mist So Mette Mist No Mette Mist No Defangs So Brother Ja Nice Ich geh drauf Scheiß Minion Ich bin zu gierig gerade Sollte ich abstellen Nein Ja Ja Nein Nein Ja Ja I like this Ey was ist mit diesem Mode los? Geh von meinem Turm weg Geh von meinem Turm weg Ich hasse dich Geh weg Geh weg Geh weg Ist mein Turm in Frieden Er hat sich geflasht Lass sein Lass sein Irelia ist Mist Hass ihn Du seidest auf deinem Farm Wiederachten Die farm dich aus Ja ich weiß Du kommst doch jetzt gerade hinter mir Ja Ich weiß Nein Lauf doch Scheiße Ja ich bin am Arsch Ich hab mich gerade zu viel mit dem beschäftigt Die kam gerade glaube ich von unserem Blue aus Das Level 9 ist die Warum ist die Level 9 Ja die hat echt weitaus mehr Fall Räumtisch Ich habe euch die Zeit nachzugänglich Ah, warum ging der das Ulti nicht raus? Gott fucking sake Ah, Mann Ah, Mann Ja, jetzt bin ich ein bisschen unter allem unter der Syndra Ich hab gerade eben einfach selber scheiße gebaut Hätt ich zwei, drei Aktionen nicht ziehen sollen Ja, es ist gerade schlecht, ich weiß Aber ich bin halt auch genau zu den falschen Momenten bin ich gestorben beziehungsweise bin ich dann dem Udi hinterhergelaufen was echt dumm war Hätte ich einfach nicht mal Was? Nein, ich surrendere auch nicht Was? Was sind denn das für Heulbolien, Alter? Gibt's nicht Kann alles noch gewonnen werden Ah, lass mich leu... Die ist da irgendwo drinnen Da ist die Da ist Tristana Midlane Wird jetzt gerade überrannt Pass auf, Toplane Die könnten alle nach oben kommen Ich glaub sogar mit drei Mann oder so Drei Mann? Ja okay, mit drei Mann kommen sie hoch Und dann einer war ja noch bei dir Ja okay, aber ich meine Der Dingens Die Soraka hat ja von vornherein gerade eben gesagt, ne Dass sie trollen wird, wenn sie nicht unbedingt die Toplane kriegt Naja, getreut hat sie ja bis jetzt noch nicht So wie ich das sehe Wird vielleicht ganz cool gewesen, hätte ich den Kill gekriegt Aber naja Vielleicht ist das wieder so ein Ausgleichsspiel Weil die letzte Runde schon wieder zu einfach war Pass auf, ne Da sind viel zu viele Leute Mist Ich musste gerade erstmal was überlegen Das war gerade für mich zu krass Was denn? Äh, ganz einfach Ähm Warum Hat sie mich gerade gestunnt, obwohl ich so viel Leben hatte? Das ist eine gute Frage Ich glaube, die Syndra kommt hoch Ja, da ist die Boah, die Fotze Warum, Alter? Und der Tower Der greift die Morgana nicht an Obwohl die Morgana Direkt den Hä? Muss ich das verstehen? Die Morgana steht direkt unter dem Tower Und greift den Scanner an Und wird nicht angegriffen vom Tower Das ist... Hä? Na komm Ja, lass mein... Jetzt geht der wieder an meinen Turm Lass das doch Du mieser Penner Jetzt habe ich die Ja, ach genau Klar Der mit seiner anderthalb Milliarden Schilde Und... Ja, ich probier's Und 41 Minuten Hab ich noch Ach... Okay Da macht doch... Ah, okay, dann nicht. Hm. Ja. Hm. Der kommt halt trotzdem weg, Alter. Der kommt halt einfach, guck dir, das ist so dumm. Das ist so dumm. Wirp, wirp, wirp. Wie so ein Auto, was hochschaltet. Das ist so dumm. Wie, wie, wie kann der... Ist das du dir? Ja, komm, aber mal ganz im Ernst. Na komm, 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 komm. Udi hat keine... Sündra ist afk. Wo? Die ist AFK Achso, die ist AFK Ja Sicher, dass sie nicht mittlerweile dschungeln gegangen ist Würde mich gar nicht wundern Ah, ich bin so dumm Warum geh ich da auch rein? Das war so dumm von mir Warum tust du das? Ich weiß es auch nicht Es war so dumm einfach In der Sekunde in der ich es getan habe Hab ich schon gedacht Ah, jetzt ist sie wieder da Es war echt einfach dumm Ah, Mann Das war so dumm Ist das zu, dass es nicht so dumm Es lebt Ich weiß es aus Ja, ja, ich kann auch da. Dope. Das war's für heute. Die Kugel ist gerade ne Kurve geflogen. Nein, ich hab kein Mana mehr. Nein, will ich nicht. Ah, Mann! Next time, Biac. Griff des Todesfeuers als zweites Item. Das ist schon das Richtige für so... 13, 18 geht eigentlich. Tal-mäßig ist gleich. Scanner, dude, bro, bro, bro. Was machst du da? Ah, fuck it. Ich hasse euch. Warum geh ich auch mit denen da hin? Nein, ich geb nicht auf. Ah, Mann, ey. Ich hasse euch alle, ich hasse euch alle. Ich hab gerade leider einen Knopf aus meiner Tastatur rausgerissen. Hallo, geh da wieder rein jetzt. So, das D ist wieder drin. Das F. Na, komm, geh da auch wieder rein. Los. Was? Wer denn? Achso. Ey. Ach, das F brauche ich gerade sowieso nicht. Mach ich nach dem Spiel wieder rein. Ach, Mann, ey. Ist doch zum Mäuse merken. Achso, du bist der Noob. Ah, okay. Gut. Oh, guck mal, ey. Kann man noch lamer sein einfach. Immer nur weglaufen. Oh, Gott. Ich hab gedacht, das wäre ein Kampfspiel und nicht ein Rennspiel. Komm und spiel League of Legends. Wer der schnellste beim Rumrennen ist, gewinnt, ey. Mein Gegner ist legendär. Ja, jetzt ist der schon wieder da. Der will mich doch verarschen. Ja, okay, aber ich mein, ne, das war vielleicht gerade eben auch nicht so die mega hammerste Aktion, dass, äh, als wir ungefähr Level 6 waren, war der Scanner Level 3, ne. Also, der wurde halt echt spät erst hilfreich. Und als er dann hilfreich war, hat er die Kills genommen. Also, das war dann, oder? War dann. War dann. Ja, ja. Irgendwann. War dann, ne? Boah, Alter. Jetzt hat's aber echt auch gedauert, ey. Ich will gleich mal gucken, wo der Knopf hingefallen ist. Welcher Klapp? Ja, ich hab grad eben das D und das F vor Frust aus meiner Tessertur rausgerissen. Dein Ernst? Äh, nein. Fuck. Ach, sehr gut hier. Ach, nett. Was? Ja, irgendwie schon. Hab ich schon getan, ja. Guck mal da also. Ja, ich glaub ich noch nicht mehr hinterher. Wenn ich schon seh, was der für items hat. Ja, noch mehr schnell laufen, noch mehr schnell laufen. Der ist doch behindert, ey, Oma. Guck mal, der trollt uns so hart. Guck mal, wie schnell der ist. Wie abartig schnell der einfach ist. Hat der nicht groß? Ne, der hat nicht mal groß. Im Ernst? Ne, lauf doch weiter! Wer, ich? Nein. Ne, ich? Aber die, die hat umgedreht. Warum ist die auch viel schneller als ich? Ja, erstmal weil sie halt keine Anivia ist. Und zweitens weil sie auch sich Dinge ins Wumms gekauft hat. Oh, fuck it, ey. Guck dir den Geisteskranken da unten auf der Bot-Lane mal an, Alter. Wie der da in die, in die Minions reinhämmert, ey. Bumm, bumm, bumm. Was für ne Tag-Speed an der? 1,7. 1,8. Ich frag mich grade, warum ist der Scanner Level 16 und ich bin grad mal Level 15. Keine Ahnung, wie der das jetzt hingekriegt hat. Oh ja. Wo ist da? Da ist die Moggy. Na, spüre meinen Stachel und so. Ich kenn das. Also wenn die noch ein bisschen länger und ein bisschen mehr rumtrollen, ne. Mit dem, uns rumgebeten und haha, guck mal wie lustig das ist. Äh, gewinnen wir das unter Umständen dadurch noch. Okay. Oh. Oh, okay, wenn du da hast. or so. Oh. 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 Nein, er portet das Licht. Nein, die Mitte. Ja. Nein. Ja, wie sagst du das, Geportel? Weil ich gedacht habe, da kann ich mehr ausrichten. Große Regel bei Lidia Fletschen ist es aufzudenken. Ja. Die zweite große Regel ist, helfe niemandem im Solo-Cube. Ja. Ja, ist traurig, aber das ist fast echt so. Oh my God, der Catelyn. Catelyn geht jetzt an den Menions drauf. Ja. Der wirklich, Tatsache. Lauf, Lauf, Gatelyn, Lauf. Ja, ähm, GG oder so. Bin ich doch froh, dass ich das EG nicht rausgerissen habe. Äh. Willst du denn bitte raus? Ja, letzte Runde lief einfach zu easy, weißt du, das ist, äh, da hat sich dann wieder der Riot, also mein persönlicher Riot-Mitarbeiter hat sich dann da wieder hingesetzt und dann hat sie gesagt so, was? Nein, warte mal. Was hab ich denn da jetzt gerade eben wieder gemacht? So geht das natürlich nicht. Jetzt wollte ich gerade schon unseren eigenen Inhibitor angreifen. Friendly Fire, ne? Du bist der Erste, der sie benutzen würde. Der... Ja, was denn? Also bei der, bei der, äh, Catelyn, bei dem Scanner und bei der Soraka wäre das doch gar nicht so schlimm, oder? Ja, bis jetzt würde ich nur sagen Catelyn. Soraka war eigentlich ein ziemlich solider Bot. Also das, was ich mitbekommen habe. Ah. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Okay. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ja, es wird der finale Kampf sein. Juhu, okay, gar nicht. Feiner Kampf, ich hab wirklich so dran gewonnen. Ja. Äh. Ja, machst du nix, Alter, das lief einfach so nicht. Ja, okay, Toplane bei dir jetzt am Anfang. Da geb ich's zu. War kacke, aber... ...haben sie gekriegt. Von dir. Ich denke, ich hätte ein bisschen anders spielen sollen, aber... ...ansonsten hätten wir das eigen... ...also unter normalen Umständen, wenn man das trotzdem noch machen können. Ja, ich kann nicht mehr los. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier.